Graf Ernst Rüdiger von Stahemberg war ab 1680 Wiener Stadtkommandant der Verteidiger Wiens bei der zweiten Türkenbelagerung 1683, kaiserlicher General während des Großen Türkenkrieges und Präsident des Hofkriegsrates. Leben Ernst Rüdiger von Stahemberg war der Sohn von Konrad Boltersar von Stahemberg und Anna Elisabeth von Zinzendorf. Maximilian Lorenz von Stahemberg war sein Bruder, Gundäker Thomas Stahemberg sein Halbbruder. Ernst Rüdiger von Stahemberg war ein in den Kriegen gegen Franzosen und Türken unter Raimondo Montecucoli seit den 1660er Jahren bewährter Militärführer. Als Wiener Stadtkommandant hatte er insgesamt etwas weniger als 20.000 Mann zur Verfügung, denen etwa 120.000 Mann der Osmanen unter der Führung von Kara Mustafa gegenüberstanden, dass er am 15. Juli 1683 dennoch eine Kapitulation ablehnte, hing mit seinem Vertrauen auf ein baldiges Entsatzherr des Kaisers Leopold I. zusammen, sowie auf die Stadtmauern, die seit der ersten Türkenbelagerung 1529 erheblich verstärkt worden waren. Als aber dieses Heer unter Johann III. Soviski erst Mitte September eintraf, hätte Wien nur mehr wenige Tage durchhalten können, seine Mauern waren durch die türkischen Mineure, die lange Gänge bis unter die Stadtmau gruben und dort große Sprengkörper zur Explosion brachten, gefährdet. Die Verzögerung der kaiserlich-polnischen Allianz mit Bayern und Sachsen hing mit der Uneinigkeit Europas zusammen. Am 12. September griff endlich das Entsatzherr in der Schlacht am Kahlenberg mit Truppen aus Venedig, Bayern, Sachsen und Polen an und konnte die über eine Taktik für einen Zwei-Fronten-Krieg und einigen Türken schlagen. Ernst Rüdiger von Stahemberg wurde als Dank für die Rettung Wiens von Kaiser Leopold zum Feldmarschall ernannt und erhielt die Würde eines Staats- und Konferenzministers sowie das Recht, den Stefan Sturm in seinem Wappen zu führen. Stahemberg wurde 1686 bei der Belagerung von Ofen durch einen Schuss in die linke Hand, was die Amputation eines Fingers erforderte, so schwer verwundet, dass er sein Kommando niederlegen musste. Ab 1691 war er Präsident des Hofkriegsrats und war für die Organisation der österreichischen Armee verantwortlich. Als solcher modernisierte er das Heer, strukturisierte es um und die Artillerie bekam durch ihn mehr Gewicht. Er starb am 4. Januar 1701 in Wösendorf bei Wien. Sein von J. E. Fischer von Erlach geschaffenes Grabmal ist in der Schottenkirche in Wien zu finden. Sein Vetter Guido von Stahemberg war ebenfalls Militär in österreichischen Diensten und kämpfte als Adjutant an seiner Seite. In Schrift auf dem Grabmal in der späteren Geschichtsschreibung wurde er vielfach als Wetter Österreichs und des Abendlandes bezeichnet, während des Austrofaschismus anfangs des 20. Jahrhunderts allerdings auch instrumentalisiert. Rezeption durch die kaiserliche Entschließung von Franz Josef I. Vom 28. Februar 1863 wurde Ernst Rüdiger von Stahemberg in die Liste der berühmtesten, zur immerwährenden Nachheiferung würdiger Kriegsfürsten und Feldherren Österreichs aufgenommen, zu deren Ehren und Andenken auch eine lebensgroße Statue in der Feldherrenhalle des damals neu errichteten K. K. Hofwaffenmuseums errichtet wurde. Die Statue wurde 1872 vom Bildhauer Anton Dietrich aus Carrara Marmor geschaffen. Gewidmet wurde sie von Camilo Fürst Stahemberg. Weiters ist im Heeresgeschichtlichen Museum die zweite Wiener Türkenbelagerung sowie die Entsatzschlacht vom 6. September 1683 ausführlich dokumentiert. Unter den ausgestellten Objekten befindet sich auch der Degen Stahemberg sowie ein ihm zugeschriebener Küras. Im Jahr 1862 wurde in Wien Margareten die Rüdigergasse nach ihm benannt und 1938 in Wieden die Graf Stahemberg-Gasse. Familie Heinrich Ernst Rüdiger von Stahemberg war zweimal verheiratet. Seine erste Frau war eine entfernte Verwandte Helena Dorothea von Stahemberg. Er heiratete sie am 7. Dezember 1658. Das Paar hatte folgende Kinder. Reikard Elisabeth Susanna Lemniskarte September 1680 GF Hieronymus von Thornwald Sassena Heinrich Balthasar Maria Katharina Lemniskarte 20. Februar 1686 Graf Otto Heinrich von Hohenfeld Raimund Gundacker Anton Gottfried Maria Gabriela Barbara Lemniskate Lemniskarte Juni 1692 Franz Karl von Dünnewald Lemniskarte Graz 1694 Maximilian Sigmund von und zu Trautmannsdorf Weinsberg seine zweite Frau war Gräfin Maria Josepha Jörger zu Tollet. Sie haben am 14. Mai 1689 in Wien geheiratet. Das Paar hatte folgende Kinder. Helena Antonia Lemniskarte Freiherr Karl Ferdinand von Wels Maria Antonia Lemniskarte 25. November 1714 Graf Franz Anton von Stahemberg Maria Anna Gabriele Josepha Maria Josepha heiratete nach dem Tod ihres Mannes 1707 seinen jüngeren Bruder Gundäker Thomas Stahemberg. Maria Josepha